Musik Die Schüler der Klasse 8 bieten zum Geschichtsunterricht. Sie behandeln gerade das Thema Ritter. Celina hat eine Idee, die Burg Feigstein zu besuchen und nochmal über Ritter zu erfahren. Alle sind einverstanden. Zwei Wochen später geht's los. Musik Die Klasse hört mit dem Bus zu Burg Feigstein. Musik Musik Dort nimmt sie an einer Führung teil. Riki und Celina wollen die Burg allein erkunden. Sie trennen sich heimlich von der Gruppe. Musik Sie sehen eine Tür. Da steht Raum nicht zugänglich. Riki und Celina gehen trotzdem hinein. Dort steht etwas, was abgedeckt ist. Riki zieht das Tuch ab. Riki ruft eine Simson. Beide setzen sich drauf und starten. Musik Es gibt einen Knall. Die anderen hören dem Lernen und rennen zum Raum. Jeder, der den Raum betritt, ist plötzlich fort. Alle liegen auf dem Boden, als sie zu sich kommen. Sie sehen sich um. Wo sind Riki und Celina? Sie begeben sich auf die Suche. Außerhalb der Burg tobt eine Schlacht. Die Schüler entdecken Riki und Celina im Kampf. Sie wollen die beiden unterstützen. Die Klasse legt Rüstungen an und zieht in den Kampf. Musik Mitten im Kampf klingelt ein Handy. Ein Schüler geht ran. Plötzlich an Knall und alle sind zurück bei der Führung. Musik 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 Musik